Ja, eh lustig, also unterhaltsam würde ich sagen, oder? Ja, das war es eh schon. Ich merke aber dazu nichts an. Ich glaube, wenn man sich das anschaut, kann man sich eh zu einem Teil denken. Das wüsste ich selber gern eigentlich. Ich meine, wir haben früher Kontakt gehabt, haben gemeinsam trainiert. Irgendwann mal hat er mich dann angerufen, ein bisschen angetrunken und hat gemeint, er hat einen Schlag frei, wenn man sich treffen, aber ich soll ihn auch nicht am Boden bringen. Das ist schon mal sehr gut, wenn man sowas weiß. Nächsten Tag hat er sich dann, Entschuldigung, ich habe doch eh nicht so viel Blödsinn geredet. Ich habe gesagt, nein, vergiss. Das hat sich dann wieder einmal wiederholt. Das hat mich dann wieder angeschrieben und hat gemeint, wieso ich gegen kämpfen will, hat er gehört. Ich will nicht gegen mich kämpfen, wer redet sowas. Ja, ich will nicht zu irgendwo kommen. Ich habe ihm gesagt, also ich will sicher nicht gegen mich kämpfen. Ich wollte noch nie gegen mich kämpfen. Und dann hat er gemeint, okay, passt, er will auch nicht gegen mich kämpfen. Dann hat er mal zu meinem tollen Kampf, ich meine, es war wirklich gegen einen Ersatzgegner. Was soll ich machen? Letzten Tag gewechselt, kämpft, aber hat er mir gratuliert. Und hat er gemeint, wir müssen wissen, wer der Bessere von uns beiden ist. Und es hat mich wieder angerufen, wieder leicht angetrunken mit Bier daneben. Ja, und dann hat mich der Bruder am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, du, der Willi will unbedingt kämpfen gegen dich. Dann habe ich gesagt, okay, wenn er es unbedingt wissen will, dann kämpfen wir. Ja, und so hat sich das eigentlich ergeben. Ich weiß nicht, was der immer redet. Irgendwas sauber ist er sicher nicht. Aber ja. Ich meine, ich habe da drinnen noch Abdrücke am Boden von so einem Tappen, von meiner Anfänger, die ihm getappt haben. Ja, also, wie unser Training aussieht, wie es beide, Wilhelm, oder? Wir werden sie sehen im November. Nein, finde ich gar nicht. Ich meine, dass ich nicht viel trainiere, weil sie ehre, das ist kein Geheimnis. Das ist auch so anstrengend. Aber ich kämpfe gerne und es wird sicher lustig im November. Weil ich jede Nacht gut schlafen kann, denke ich. Und Willi zerfrisst das Ganze. Also den Wilhelm, der sieht zwar an seinem Posting, sie ist immer wieder unterhaltsam. Egal auf welchen Seiten man schaut. Ja, ihm zerfrisst das innerlich. Der kann nicht schlafen und ich schlafe wie ein Baby jede Nacht. Von vorne weg einmal. Er redet von Breitrust, weil er muss nicht überlegen, ob er Ellbogen oder Knie machen darf. Es heißt, es ist immer der Kunde, dass bei Breitrust zum Beispiel keine Ellbogen am Boden erlaubt sind. Also, da muss man schon ein bisschen hirn haben und nicht nur nach Instinkt kämpfen, ja. Aber ich habe da eh was. Willi, das gibt es auf Amazon. Siehst du das? Ja. Du kannst es dir bestellen lassen. Du kannst die nächsten zwei Monate lernen. Dann können wir gerne nach Breitrust kämpfen. Es ist egal, ob du jetzt am Boden ins Gesicht tritt oder dich niederjockt. Wie du willst, Willi. Wir könnten auch Valetudo ohne Handschuhe. Das würde mir noch mehr taugen, ehrlich gesagt, wenn wir das machen. Jetzt halt es davon, hm? Wir werden eh sehen, wie der Kampf läuft. Ich meine. Und welche Regeln ist doch bei uns. Der stärkere wird gewinnen. Dann werden wir mit den Regeln, mit den Regeln kämpfen. Mit meinen Freunden, mit den ganzen Kasperln. Ich weiß nicht, warum er so böse ist. Wahrscheinlich, weil die meisten Kasperln schon tappt haben. Ja. Und mit Fernando, mit Nadine, mit Christian. Mein Boxtrainer. Ja. Es läuft. Viertelstunde Training am Tag ist genug. Mit welcher Persönlichkeit von William ist die Frage. Mit irgendeiner vielleicht. Aber eigentlich bin ich nicht interessiert daran, der auch nicht. Das würde ich auch gerne wissen. Wie gesagt. Das würde ich gerne wissen. Aber... Das hat er mir so nie gesagt. Ich habe ihn noch einmal getroffen. Ich habe gefragt, ob es ein Problem gibt. Nein, ich bin nur im Stress. Okay. Danach bin ich auf Facebook gelöscht und blockiert. Da habe ich mich selber gewundert. Er hat mich jetzt auch wieder entblockiert. Habe ich gesehen. Freut mich. Dankeschön. Und ja. Was soll er zu sagen? Im 9. November fetzt man sich. Und es wird ein Bomben Event. Ich habe super Fans, super Freunde. Und es ist meine Familie. Ich möchte die beiden bedanken, die mich unterstützen. Die für mich da sind. Und die hinter mir stehen. Im 9. November wird richtig was los sein. Es wird richtig cool werden. Und ich freue mich schon drauf. Und ich komme fix ziemlich gut trainiert hin. Also ich gehe nicht da hin und werde nichts machen. Also ich muss ganz gespannt sein. Es wird ziemlich schön werden. Ich bin nicht so der motivierte in dem Punkt Kämpfer. Ich meine, ich habe meinen Gym gerne. Ich arbeite gerne mit Jungs und so. Und macht das Spaß. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss hier hin. Ich muss dorthin. Ich muss dorthin. Das war ich eigentlich noch nie. So wie jetzt, wie ich mich rausgeheuert habe. Jetzt da kämpfe ich wieder. Ich habe gar nicht vorgehabt, dass ich jetzt kämpfe. Danach werde ich auf der Night of Warriors kämpfen. Schauen wir mal. Ich kämpfe jetzt mit Spaß. Nicht weil ich jetzt sage, ich muss das und das. Hätte ich nötig, dass ich dort hin muss. Und ja, es macht mir noch immer Spaß. Und so lange werde ich es machen. Jeder, der fit sein möchte. Jeder, der das tun möchte, trainieren möchte. Es geht gar nicht nur um die Kämpfer. Es ist auch wichtig, dass du nicht Kämpfer hast, die du trainierst. Dass du mit ihren Sachen machst. Jeder kommt aus anderen Grund. Einige wollen kämpfen, andere wollen sich fit halten. Jeder muss das machen, was er will. Aber wichtig ist, dass er Spaß dabei hat. Und wenn er da herkommt, dass er sich wohlfühlt in der Zeit. Und das ist mir wichtig. Dass ich mit ihnen eben gemeinsam was mache, was sie wollen. Die nächste AFN mache ich am 18. Jänner. Wieder in der Halle B in Baden. Es wird wieder super. Wie bis jetzt jede AFN. Bis jetzt war es immer sehr gut von Stimmung her für den Kämpfen. Und ja. Also sind jetzt noch einige Plätze frei zum Kämpfen. Weil so ihr Lust habt am 18. Jänner in Baden. Das Einzige, ich möchte sagen, ist, ich habe nie über seine tote Familie geschimpft. Ich weiß nicht mal, wer da gestorben ist oder was auch immer. Genauso wenig hat meine Ex-Freundin mir gesagt über seine tote Familie geschimpft. Er droht mir mit dem Tod und da gibt es kein Zurück ins Licht. Mit einer Anspielung auf mein Herz zu sagen, was ich gehabt habe vor einem Jahr. Und er hat es dann aufgeschaukelt und hat gemeint, er wird mich umbringen. Also nimmt es euch zurück. Und sie hat mir nur geschrieben, ob das sein Cousin auch so lustig finden würde, der anscheinend gestorben ist, was ich nicht mehr wusste. Und wer das wieder auslegt, sich da in die Opferrolle legt, das finde ich lustig. Auf der einen Seite ist er da der Gangster und der Sievers. Und dann legt er sich in die Opferrolle, dass seine Familie da beleidigt wird und so. Aber ich habe nie seine Familie reingezogen. Und ich habe auch keine Ahnung, wer da gestorben ist zu nehmen. Und würde mich auch nie drüber lustig machen oder irgendetwas. Ganz ehrlich. Und sonst Nachrichten. Aber sie haben es im November und fertig. Ist der Wilhelm kein schlechter Kämpfer? Ist ja nicht so. Ich habe aber von sportlicher Sicht her, kann ich auch, also muss ich schon sagen, habe ich auch ein bisschen Respekt. Ist ja nicht so, dass er jetzt irgendeine Flasche ist. Aber was er den Menschen mit seinen Postings abzieht und was er da auf Social Media immer wieder postet, da kann man sich sein eigenes Video übermachen, glaube ich, wenn man da nachschaut. Mehr ist dazu gar nicht mehr zu sagen.